Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind zurück in Acker und im letzten Part sind wir hier angekommen in der Stadt. Wir suchen nach unserem zweiten Attentatsziel. Und wir schauen mal, was wir in diesem Part jetzt erst machen. Ich würde jetzt angeholen erstmal den Aussichtspunkt dort oben. Aber vorher retten wir hier noch die Bürger. Aber wir jetzt können. Sonst kannst du mal einen Timer machen, nicht drunter mit den Toren. So. Zack. Und dann gehen wir mal. Hey, aus dem Weg. Ja, es ist passiert hier mal. So, das hier aber nicht. Mal her. Ups. Ja, weiß ich. So passiert hier auch. Ja. 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 Was? Ich hab' ihn nicht so leidenspocken. Noja. Ja. 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 Ja, ja. 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 das ist hin ich werde nicht müde ich gucke mal hier rein was sind wir jetzt los ein Boxchen mit denen hier auseinanderzusetzen vielen Dank hat er keine Flagge? ja dumm wenn hier überall so ein unsichbarer Wand ist wenn ich nicht nur zum Aussichtpunkt will ach kanns mich mal hier in Akon war übrigens das wo der Trailer gespielt hat also hier in Akon ne der Trailer davor im ersten Part von Andraliv ich spiele hier in Akon kein Band in Türmen weil die hier meistens eine Glocke haben so wir haben hier die tolle unsichbare Wand da hinter uns die Bedeutung alles später ist frei hier müssen wir jetzt nicht alles so openwürdig wie später gut nächster aus dem Punkt ist gleich da vorne nehmen wir gleich mit und du bist zufällig in die reingerannt machen wir doch gleich keine Ahnung wie Schnee ich jetzt auf Schwert gewechselt bin aber ich denke ich sollte euch danken aber denkt nicht dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte trotzdem habt ihr recht gehandelt ich werde versuchen den Gefallen zurückzugeben ich werde versuchen den Gefallen zurückzugeben so lange rabern müssen ey seid ihr jetzt bald fertig immer am Läden ihr dürft nicht hier sein hä du mich da vorne siehst ich weiß was du hier jetzt sieht er aus das müssen wir sehr gut sehen halt trotzdem und da kommt der Pfeil frei komm ich hab nicht mehr den Typ ja komm ich hab nicht mehr den Typ ja 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 noch eine Minute und sie hätten mich entschieden So, da räumen wir mal ein bisschen auf. Na komm. Wurde eigentlich nicht, aber gut. Haben wir da ein bisschen im Kragen gefuckt. Wo kommt man denn hier hoch? Ich glaub hier, oder? Nee, Alter, der hat keine Lust. Hm. Ich weiß, dass hier der Ort ist, wo wir Schnee und Nasenantrag machen werden. Deswegen hätte ich den Ausbruch schon ganz schön gerne. Aber ich sehe keinen Weg nach oben. Aber hier. Nee, der müsste da anschauen. Das ist mal Alter jetzt so hoch. Läuft den Riggi in die Wand. Was treibt ihn wohl so zu rennen? In der anderen Seite wahrscheinlich. Wer sagt das? Voll angesprungen. Der steht sich gerade schon wieder an. Du sollst hier auch hochklettern. Danke. Ach, der hat das gesagt. Nichts ob. Der gleiche merkte ich an, was ich hingebinden. Ach, guck mal. So, lass mich jetzt doch endlich mal zum Ausdienstpunkt Ist immer ganz nett Ich weiß jetzt, dass hier spät hier alles steht Weil wir spät hier das Attentatsziel haben Ist mir aber egal So Gut, dann fangen wir gleich mal mit den Befragungen an Würde ich sagen, jetzt haben wir die Stadt schon ein bisschen aufgedeckt Erkundet, bei Nebenaufgaben gemacht Jetzt können wir uns mal hier um die Befragung kümmern Ich fange aber mal hier bei der Asbesten an Belauschen Können wir da Man steht sogar schon zort Moin Guck mal her Au In den Schwert laufen lassen So Miegen wir runter Sieht schlecht aus Hier kommen wir runter So Eilig Moin Wenn er sich verlässt Werde ich ihm nicht helfen Ihr strapaziert meine Geduld Habt ihr von Alar gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen Wird kaum die Nacht überleben Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft Und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann Im Moment aber nicht Nein Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt Wird er nicht Solange du schweigst Keine Angst Euer Geheimnis ist sicher bei mir Einige waren vom Dach der Festung nicht auf ihrem Posten Das sah mir nicht so aus, wie wir gerade oben waren Einige gar nicht erst Männer haben ihren Posten verlassen Die Brunschütze, die auf dem Dach patrouillieren, sind im Dachteil Ich brauche nach ein paar Sekunden den Weg freizumachen Ah, okay Gut, dann haben wir hier noch einen Auspunkt Schulden aber jetzt nur, weil er auf dem Weg ist Zum nächsten Befragungsziel Wir haben uns ausgemacht Wir warten hier aus Harkon Und vertreten sie aus den umliegenden Landen Nun ziehen sie sich in den Süden zurück Ich bin doch gut, wenn ich um keine Wache wäre Ich war so schnell und hoffen kann er es konnte Ich muss knabber synchronisieren Ich wollte es jetzt mal aus, wie was passiert, wenn ich das mache Aber ich stehe jetzt vor mir mit seinem Schwert Jetzt geht es weiter Nice Gut Okay, dann würde ich sagen, weiter geht es Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Befragung Oh nein Das hat er getan Ich dachte schon, es wäre so weit Ach, ging noch Man hört ihn halt nicht Schon bald, meine Freunde Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern Habt Geduld Wartet in Demut So viele brauchen seine Hilfe Und ihn gibt es nur einmal Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen Aber gut Ding braucht Weile Warum ich Angst einflösen, wenn einer so mit der Faust in die die herläuft Nein, ihr versteht das nicht Ich bin arm, Herr Ich brauche das Geld Aber ich brauche doch Geld, Herr Ich bin arm Gib mir doch ein bisschen Jetzt geh weg, Frau Hier geht jetzt gleich die Party ab Ach komm, ich mach's doch mal Die anderen mischen sich wahrscheinlich im Kampf ein Aber das ist mir jetzt egal Hey Cool nicht, werd ich nicht Tötet mich nicht Ich tue, was ihr verlangt Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen Damit das Volk nicht rebelliert Um ihnen Hoffnung zu geben Und sie geduldig warten zu lassen Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst Ja, ja, natürlich Ich weiß, was hier vor sich geht Was er wirklich tut Fahrt fort Sie sind gesund Und unverbundet, wenn sie eintreten Aber wenn er Hand anlegt Dann nimmt das Leid seinen Lauf Also ist er kein Heiler Nur ein kranker, grausamer Mann Ich weiß nicht, was er tut Um sie vor Qualen schreien zu lassen Aber es muss aufhören Bevor noch mehr leiden müssen Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben Er ist vorsichtig Ihr müsst die rechte Zeit abpassen Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt Dann vergisst er die Welt um sich herum Geht voll und ganz in der Arbeit auf Ja, dann müsst ihr zuschlagen Ich danke euch für die Information Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte Leck mit ihm Offen der Straße, er mordt Vor die Wache kommt Dann sind wir weg Garnier vergisst die Welt um sich herum Wenn er seine Patienten behandelt Das wird ihm zu Verhängnis werden Stand da noch So, wir haben aber gleich schon Nächste Sache Nämlich einen Taschendiebstahl in der Nähe Ach so Müssen wir andersrum Ach nee, das ist die Stelle Wo ich das so mag Da versteckt ist Und man erstmal an den Wachen vorbei muss Ich glaub es gibt irgendwo ein Dach Wo man Dachzugang, aber Keine Ahnung wo der war Ich kann mich an der Stelle nämlich erinnern Der ist close Ich den Wachen davor Ihr wagt es vor Das kostet euch euren Halt Da stehst du nicht wie Das ist aber auch kein Zugang Loll, hab ich das gesehen Der holt zu übel So hart ab Na gut, wir müssen vorhin durch die Wachen durch Ich hab keine Ahnung Den Weg sehen jetzt Ich muss ja irgendwie Sintaschendiebstahl kommen Ich möchte da durch Er steht da aber nebendran Guckst du Oh nee Ist der erste, der mich packen kann Ach, ich bin auch so ein Heide Ich bin auch so ein Heide Soll ich euer kleines Spiel drücken Hm Das ist wohl dumm hier ein Tatschendiebstahl reinzusetzen von den Dickern Was hast du da? Blunder Der Mann besaß nichts von Wert Nur eine verdammte Röhre Alles was ich fand war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst Muss wichtig sein Gib her und ich seh es mir an So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehen Bist du gerissen Viel Vergnügen damit Und ich auffällig in dieser leeren Gasse Brief der Verbindung zwischen Garneli und zwei weiteren Männern belegt Dieses Brief ist merkwürdig Ich sprich von einem Waffenhändler aus Damaskus In Münch-Tamir und einem zweit Mann in Usa-Lehm Welches keinem verbindet diese Männer Männer, die sich eigentlich hassen müssten Meister, wir kommen anderen voran Wir sollten es wagen, unser Eigentum wieder zu schaffen Natürlich ist, dass wir entdeckt werden, bevor wir handeln können Meine Arbeit an einem Ersatzverlauf Viersprechend Bestimmte Einheimische Erkrankte zeigen eine ehrliche Wirkung Aber seid gewahrt Die Wirkung ist nur von begrenzter Dauer Und die Probanden entwickeln eine gewisse Resistenz, die eine Verhöhung der Dosis erfordert Bedrohlicherweise vertragen sie nur eine gewisse Menge Bevor sie dahin siechen Ich habe schon viel auf diese Weise verloren Es bricht mir das Herz Und der Mann in Usa-Lehm sollte für seine Hingabe belobigt werden Mein Vorrat ist hinreichend Ich muss keine Ansichtung mehr benutzen Was der Geheimhaltung dienlich ist Aber auch in der Lage in Damaskus bekömmen möchte Begleite ich über genügend Waffen und Russung verfüge Um noch eine Weile standzuhalten Trotzdem müssen wir noch diesen Morgen einen Nachfolger finden Sonst müssen unsere Recken mit Tabelbestecken ins Felder ziehen Das hört mich zu meinem nächsten Bedenken Was gedeckt dagegen unseren Feindsunternehmen? Ich fürchte die Verluste die wir erleiden mussten Sind nur der Beginn Ich fühle mich sehr sicher hinter den Mauer und meines Hospitals Aber wir sollten etwas dagegen unternehmen Bevor er sich ausbreitet Meine Männer stehen euch dafür zur Verfügung Soll es notwendig sein Bitte teilen mir eure Wünsche mit Euer Bruder in Frieden Und gehe wahrscheinlich für Garnier Logischerweise Also die stehen natürlich Wie wir auch schon geahnt haben Im Bunde Ich weiß nicht wie wir mich jetzt jagen Wenn ich hier durchschreibe Oh es läuft sie weg Ich wollte gerade befreuen Egal finde ich ihn jetzt trotzdem schlaufe Ist nicht weg Ich werde mich jetzt schon um Ich werde mich jetzt auf dem Weg Ich werde mich jetztSchlaufe Jetzt werde ich dich durchschreibe Ich werde mich jetzt verkaufen Oh es ist es Ich werde mich jetzt Oh es ist es Oh es ist es Oh es ist es Toll, ich muss kurz warten. Komm nie jetzt her. Ich möchte alle ermorden. Jetzt ist er wieder da. Gut. Gleich machen anscheinend nichts. Gezensiert. Ah, doch nicht. Ich sehe wieder nix, wo ich hinrenne. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ganz dahinter. Die machen wir noch und dann ist der Party auch schon vorbei. Nächste Part, wenn wir dann wahrscheinlich zum Attentat kommen. Was für ein Narr hast du? Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Nein, bitte geht nicht einfach. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Atair. Er isst mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein. Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter, der Hospitalita, verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Jo, mach ich. Ich bin hier in Akkon. Seit die Kreuzritter die Belagerung begann. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Nimm ihn sehr heimlich an den Ziele und melden sich jetzt beim Öffner. Okay. Ich halte mir nur ein Ziele. Oh nein. Warum musste der mich auch sehen? Dammit. Was soll das? Das ist unbewährst, oder? Ich muss ihn hier rumschicken. Ach stimmt, der kann mich counten. Dann muss ich falsch sein, was ich mache. Ich glaube, wir sind noch zu schwach, um mich mit dem direkt zu messen. Ich probiere es trotzdem. Ja, der wird mich finishen. Das ist... Fuck you. Ja, das war's. Ich hau ab. Scheiß Templer, Wichse. Ich steu mal in Ruhe. Ich bin doch nicht stark genug, um mich direkt mit dem zu suchen. Für die Rache, oh Gottes. Oh, ne, ich kenne mal, wer das Templer ist. Au! Ja, okay. Jetzt hab ich glitten. Alter, hier, kletter schneller, sonst fließt euch wieder ein Stein. Das ist mir egal. Na, läuft der. Zeigst Templer. Hab ich fast gekillt. Ich tue gerade ein bisschen Rampage-Fahren. Das mache ich sehr gerne. Das kriegt auch noch später in den Teilen. Aber ein bisschen ausrasten. Ja, traf dich selber. Sehr gut. Ja, ich hab ein Templer getötet. Das galt einfach nicht. Ich war ja nicht an seinem Platz stand, ey. Hark. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihnen auch. Viel Zeit, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja, es ist okay. Ich muss mir denen auch mal zuhören, ey. Gefallen. Ich brauche eigentlich das Rampeln, ey. Mich kostet es anders, Alter. Die bei ihr Kleinstkleinigkeit umfällt. Sonst buchen wir mal, ob der Typ da wieder steht. Ja, Tatsache. Oh, ich will den jetzt haben, wenn ich weiß, dass er hier ist. Ich bin immer bei so komischen Kisten. 63 Tablet, Miniat. Noch so eine Flagge, die nehme ich auch mal mit. So. Also ich hab das jetzt verbrochen. Ich hab halt das mit länger, aber wir machen das jetzt noch. Wäre der Templer nicht im Weg gewesen, hätten wir es auch geschafft. Gut, das müssen wir sich nicht nochmal anhören. Wenn wir jetzt failen. Ach, der. Hallo. Er scheint vor etwas zu fliehen. Es ist getan. Er ist tot. Och, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitalita, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Niemand darf die Felsen betreten außer den Gelehrten und Frau. So, ich hol mir jetzt noch die Flagge und dann beenden wir den Part. Oh, da hinten ist noch ein Templer, guck mal. Trollig. Ja, komm, die nehmen wir auch noch. Ne, nehmen wir im nächsten Part. Wir holen jetzt die Flagge hier aber noch. Mein Sammelmut, meine Sammelmut ist schon wieder bei mir im Acts. So, ich weiß nicht, wenn ich den Späten des Squids dann auch viel geschmacken werde. Hier habe ich zwar auch Sammelmut, aber hier, habe ich eigentlich gedacht, mache ich nicht Flaggen um den Templer. Nein, Alter, hier. Ach. Warum springt der denn da auch? Egal, es ist gerade gespeichert. Ach, schade. Egal. Ich bin mir das Ende nochmal verreckt. Ich danke euch, wenn wir so sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euch schon einen Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.